Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr darüber, wie sich der Schweizer Automarkt auf Vorjahresniveau bewegt. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die neuesten Firmengründungen vom 7. August 2024. Der Schweizer Automarkt Im zurückliegenden Juli sind in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein 18.430 Personenwagen erstmals in Verkehr gesetzt worden, 0,9% weniger als Vorjahresfrist. Auch die kumulierte Zahl an Neuwagen seit Jahresbeginn pendelt um den Vorjahresstand. Mit 139.648 liegt sie 1,9% oder rund 2.700 Immatrikulationen unter dem Vorjahreswert. Den größten Marktanteil haben neu die Voll- und Mildhybridantriebe und damit den Bensiner als führende Motorisierung abgelöst. Elektroautos verlieren im Vorjahresvergleich an Marktanteil, Plug-in, Hybride können ihr Niveau halten. Den ganzen Bericht von der Autoschweiz finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 07.08.2024 wurden 120 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 30 Firmen in der Region Zürich, 14 Firmen in der Region Zug und 14 Firmen in der Region Watt. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite für weitere Fragen. Kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800-Search. Sie finden uns auch auf YouTube unter help.tv oder auf unserem Social-Media-Kanal Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv. Auf mal. cu", defending Experien-Telefonnummer 0800-Search. Körner Hozeich. Untertitelung des ZDF, 2020